Hallo, hallo. Erstmal möchte ich euch alle bitten, weil wir stehen hier vor dem Platz, wo Uri Tialo, unsere Brüder, von der Polizei ermordet wurde. Und ich bitte, dass wir eine zweite Minute abhalten im Gedenke an unsere Brüder Uri Tialo. Und ich bitte, dass wir die Brüder Uri Tialo, unsere Brüder, unsere Brüder, unsere Brüder, unsere Brüder, unsere Brüder.